Hallo vom Dom hier in Uppsala. Hinter mir sieht man die Statur des heiligen Eriks von Schweden, der hier im Dom begraben ist. Er war Zeitgenosse des heiligen Kendricks von Uppsala oder auch von Kendrick von Ogu, wie er auch genannt wird oder unter dem Namen ist er auch eher bekannt. Die beiden haben sich hier in Uppsala getroffen, so sieht er übrigens aus, der heilige Henrik, und haben von hier aus beschlossen, zusammen nach Finnland zu reisen und dort die Menschen zu christianisieren. Viele Zeichen von Henrik findet man hier in Uppsala leider nicht mehr. Viele Grüße an unsere Nachbarn in Finnland, hier von Schweden aus.